Hallo, ich bin's wieder, der Steven. Und ich zeige euch, wie ihr euer Bier an heißen Sommertagen kalt bekommt. Heute teste ich für euch die Sockenmethode. Im Prinzip braucht ihr nur euer Socken. Das Bier hat 24 Grad zum Start. Ich mache die Socke richtig nass. Ich stelle meine Wehe hier rein. Danach lege ich es einfach in die Sonne. Eine halbe Stunde ist vorbei. Jetzt bin ich gespannt. Mal sehen, wie warm mein Bier noch ist. 22 Grad. Nicht so erfolgreich. Aber es gibt eine viel bessere Methode. Und zwar mit der LG Kühlgefrier-Kombi mit Door Cooling Plus Technologie. Und genau so eine könnt ihr gewinnen. Geht auf unsere Website und gebt euer Tipp einfach ab. Prost! Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Untertitelung des ZDF, 2020